Die Libelle. Natürlich sagten Sie es mir. Warten Sie. Klaus Kinski als Chef des israelischen Geheimdienstes. Wer begleitet das? Diane Keaton ist der Spielball seiner politischen Intrigen. Michelle? Sie müssen mich mit jemandem verwechseln. Ich behalte Gesichter sehr gut in Erinnerung. Sie wird von einer Seite ausgenutzt, um die andere zu täuschen. In einer Welt der Brutalität und des Verrats, wo nichts so ist, wie es den Anschein hat und niemand sicher ist. Charlie, Captain Taillet. Ich biete Ihnen die Gastfreundschaft unserer Revolution. Ich möchte hier raus und zwar sofort. Sie ist weg. Weg? Wir haben eine Aufgabe für dich. Weshalb sollten Sie Charlie einsetzen? Sie werden ihr nicht eher trauen, bis sie jemanden getötet hat. Und wer tötet Charlie? Die oder wir? Verdammtes Dreckstück! Du hast ihn umgebracht!